Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Wer glaubt, dass Wölfe und Bären keine Menschen angreifen, hat von der Natur wenig Ahnung. Wenn sie hungrig sind, greifen sie auf Menschen an. Wenn sie erschreckt werden, greifen sie Menschen an. Und wenn es in ihren Gehen liegt. Das sind nicht etwa meine Worte. Gesprochen hat sie der Extrembergsteiger Reinvolt Messner. Ein großer Naturfreund und profunder Kenner unseres schönen Alpenraums. Messner reagiert damit auf die entsetzliche Nachricht über einen in Südtirol von einem Bären getöteten Jogger. Was dem jungen Mann dort zugestoßen ist, kann auch im Freistaat nicht mehr vollständig ausgeschlossen werden. Schon bitten die Behörden Wanderer und Skiturngeher um erhöhte Vorsicht, weil in Oberbayern mehrfach Braunbärspuren gefunden wurden. Mehr noch, bei uns im Oberland hat der Wolf seine Scheu vor den Menschen weitgehend abgelegt. Ein Tier lief kürzlich mitten durch ein Dorf. Die letzten Wolfsrisse haben sich in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung ereignet. Wir Freien Wälder haben deshalb gehandelt und eine Entnahmemöglichkeit für große Beutegreifer geschaffen. Zumindest für den Fall, dass sich die Tiere auffällig verhalten. Wölfe und Fischhörter können in Bayern vom 1. Mai an leichter geschossen werden. Das haben wir Freien Wähler im Kabinett durchgesetzt. Entscheidend ist, ein Riss reicht. In Zukunft braucht es nicht mehr unzählig tote Schafe, Rinder oder Pferde, sondern nur einen einzigen Angriff auf ein Nutztier. Dann kann in der betroffenen Region sofort eine Entnahme erfolgen. Es muss nicht mehr der eine Wolf ermittelt werden, der sich auffällig verhält. Stattdessen dürfen Landratsämter sofort selbstständig über den Abschluss entscheiden. Ich danke Umweltminister Thorsten Glauber, der dies möglich gemacht hat für seinen umsichtigen Einsatz im Interesse der Umwelt- und Naturschutzes. Jetzt ist die Bundesregierung gefordert, sie muss den günstigen Erhaltungszustand von Bär, Wolf und Otter und Co. endlich offiziell feststellen, damit eine legale Entnahme großer Beutegreifer überall in Deutschland erfolgen kann. Nur so können familiengeführte bäuerliche Betriebe, die bayerische Kulturlandschaft und unsere alpine Artenvielfalt wirksam geschützt werden. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.